Der Vizemeister des vergangenen Jahres ist in diesem Jahr deutscher Juniorenmeister, die South City Dancers. Das war ein krasses Gefühl. Das war ja auch mein letztes Juniorenjahr. Und deswegen war es nochmal ein schöner Abschluss, dann einen deutschen Meistertitel zu holen. Das bedeutet mir sehr viel. Ich bin schon sehr lange in diesem Tanzsport aktiv und es ist einfach eine unglaubliche Erfahrung und das Gefühl, auf der Bühne zu stehen und endlich diesen deutschen Meistertitel gewonnen zu haben. Es bedeutet mir sehr viel, weil es auch ein tolles Gefühl ist, auf der Bühne dann zu stehen und dass auch andere Personen kommen und dir herzlichen Glückwunsch sagen. Und weil ja auch nicht viele Gruppen die Chance bekommen, auf die deutsche Meisterschaft zu kommen. Sehr viel, da es erstmal eine zweite deutsche Meisterschaft war und wir letztes Jahr mit einem Punkt geschlagen wurden. Finde ich es sehr toll. Es ist ein unglaubliches Erlebnis, Deutscher Meister zu werden. Die Hofer Soul City Dancers triumphieren bei der 51. Deutschen Meisterschaft im karnevalistischen Tanzsport in Köln und sichern sich den begehrten Titel im Junioren-Schautanz. Mit 471 Punkten ergattern sie sich den ersten Platz und den Titel des deutschen Meisters. Ein verdienter Erfolg für die Tänzerinnen aus dem Hofer Land. Der bedeutet mir eigentlich alles. Also ich habe das ganze Jahr mit den Kindern geschuftet und trainiert und alles gegeben. Und dass es dann am Ende natürlich dafür reicht, den großen Sieg zu holen, bedeutet mir eigentlich wirklich alles. Über 2000 Tänzerinnen und Tänzer aus ganz Deutschland kommen zur deutschen Meisterschaft in die Lanxess Arena. Überhaupt Teil davon zu sein, ist keine Selbstverständlichkeit für die Soulies. Es gibt so viele Vereine mittlerweile in Deutschland, die dem Turniersport angehörig sind. Wir versuchen ja auch die ganzen Trainer und Trainerinnen in Deutschland da ein bisschen mit zu schulen. Von daher ist es erstmal überhaupt ein Erfolg, auf der Deutschen dabei sein zu können. Und dann ganz vorne ist natürlich das Oberste, was man erreichen kann. Ja, hartes Training zahlt sich eben aus. Die Choreografie führt die Truppe aber nicht nur zum Sieg, sondern erfüllt noch einen Bildungsauftrag. Mit der Insel der Hoffnung wird nämlich eine sozialkritische Geschichte erzählt. Wir haben uns allgemein mit der Thematik Migration beschäftigt, mit Auswanderer und Auswandererinnen, die von Deutschland ausgewandert sind damals in die USA zu einem bestimmten Zeitpunkt und wollten einfach signalisieren, was Migration auch auf der Welt bedeutet und was es für Vorteile bringt und wie wir alle davon einfach nur Positives ziehen können. Es ging darum, diese Reise nach Amerika zu verkörpern. Also am Anfang sind wir auf einem Marktplatz und allen geht es nicht so gut. Und dann hört man davon, oh mein Gott, es gibt ein Ticket hier raus in Europa. Da war ja Pest und einfach alles nicht so schön. Und dann gibt es eben diesen Hoffnungsschimmer. Oh, da gibt es ein neues Land, einen neuen Kontinent. Lass uns da nochmal unser Glück versuchen. Nach dem Sieg ist vor den nächsten Meisterschaften. Auf den Lorbeeren ausruhen, wollen sich die Soul City Dancers nicht, sondern Vielleicht noch eins draufzulegen, aber erstmal überhaupt den Stand zu halten. Das ist ja die Schwierigkeit, wenn man ganz oben ist, dann möchte man natürlich auch ganz oben bleiben. Nächstes Jahr geht es dann im März zu den Meisterschaften nach Hannover. Und vielleicht gibt es auch dann wieder eine Trophäe. Und vielleicht gibt es auch dann noch einen neuen Kontinent.